Hallo miteinander, ich bin Ceya de Hug, die amtierende Miss Air Schweiz und Markenbotschafterin von Swiss Vital World. Ich habe einen guten Tipp für euch. Wir Frauen machen uns immer wieder Gedanken über unerwünschte Härchen an Beinen und Achseln. Ich habe schon vieles ausprobiert, über Epilieren, Wachsing und Enthaarungscreme habe ich auch schon gebraucht. Leider hat nichts so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor kurzem habe ich aber die Hair Stop Lotion entdeckt. Das ist eine super tolle Creme. Mein Traum von einer sanften und glatten Haut ist wahr geworden. Ich brauche die Hair Stop Lotion jeden Tag. Die Lotion stoppt nicht nur den Haarwachstum, sondern pflegt meine Haut auch mit wertvollen Bambus, Kamellen und Shea Butter. Die Haare wachsen weniger, schwächer und dünner nachher. Schon nach vier Wochen täglicher Anwendung kann ich die ersten Resultate sehen. Wenn man die Lotion länger anwendet, kann es sogar zu einem völligen Haarwachsstopp kommen. Die Wirksamkeit dieser fantastischen Lotion ist in einer klinischen In-Vivo-Studie, das heisst am Menschen, getestet und nachgewiesen worden. Farbeugend gegen Cellulite empfehle ich euch die Silhouette Creme. Meine Mami schwört auch drauf. Wie auch in Pflegeprodukten von Swiss Vital World ist auch die Silhouette Creme eine basische Pflege, die die Entsicherung des Körpers fördert. Geniesset an dir die erfrischende und pflegende Creme. Jetzt muss ich aber auch schon wieder los. Noch ein letzter Tipp für euch. Ich als ein Tier in die Miser Schweiz stehe jeden Tag so lange auf den Beinen. Gegen müde Füsse habe ich die basische Fusscreme von Vital World immer dabei. Weitere Tipps und Infos findet ihr auf der Homepage www.vitalworld.ch Oder geht doch einfach kurz vorbei in einer Weltbild-Filiale. Die Mitarbeiter sind kompetent und freundlich und werden euch gerne beraten. So, jetzt muss ich aber gehen. Bis zum nächsten Mal.